Ich will nicht lügen. I don't wanna lie. I'll come back this time tomorrow. Es sogar. Na gut. Ja gut, ich muss es so sagen, der Kampf war auch ziemlich einfach. Weil ich einfach so gut bin. Ich glaube nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich werde ich... Ich werde mich wiederholen. Ich werde mich um... Du kannst dich nicht wegnehmen, Alter. Oh, ich bin mal. Der kann mich nicht zurückholen. Das ist ein Kollege, Gokun. Wenn du dich nicht verlassen, wird deinem Körper wieder zurückgeben. Ich bin. Das ist ein Arme und der ganzen Leute, der mich in der ganzen Welt zu tun. Ich bin so gut, dass ich so gut bin! Ich glaube, dass ich mich nicht so gut für mich, wenn ich so gut bin. Das ist ein Fehler! Ich weiß nicht, aber... Ich bitte! Ich werde nur noch einmal sein. Ich werde noch einmal sein. Ich werde auch noch sein. Nein, ich weiß nicht, dass du mit meinem Arsch schlägst. Aber gut, Gokû! Lass ihn mal am Leben suchen, wenn wir bis mir suchen, Alter. Ja? Wooi! Oh, okay. Die Sajahler haben sich, als Piccolo zu sehen und gesagt, dass sie ein Nameksei-Geräusch sind. Wenn sie ein Nameksei-Geräusch auf dem Nameksei-Geräusch sind, dann wird es noch stärker sein. Wenn man die Nameksei-Geräusch ist, dann könnte man ein Nameksei-Geräusch sein. Die Sajahler haben sich, wenn sie ein Nameksei-Geräusch sind. Los, ich komme! Ich bin wegen der Begeita-Geräusch. Die Piccolo-Geräusche haben sich geblieben. Die Dragonball-Geräusche haben sich geblieben. Ich weiß nicht, dass sie nicht mehr gehen können. Ich weiß nicht, dass sie ein Nameksei-Geräusch haben. Aber wie soll ich das denn gehen? Damit ist er. ropegge. Jetzt ist es, der Dragonball-Z. Der Gero-D. Der Gero-D. Der Gero-Sajahler. Du bist der Gero-D. Und dann sind sie immer, oder? Okay. Ähm. Ähm. Cool. Denke ich. Ha. Na gut, ich sag mal so. Jetzt mal so unter uns beiden. Unter uns Gebetsschwestern hier, ne? Wir haben die Story, wir Dragon Ball Fans, da haben wir die Story jetzt schon so hunderttausendsten Mal durchgekaut, ne? Ist nicht böse gemeint oder so, aber ihr wisst genau, was ich meine, ne? Deswegen, ähm... Ja, wollen wir mal, wollen wir mal uns überraschen lassen, ne? Was da noch so alles noch was zukommt? Was da noch so alles auf uns zukommt? If I'm not come back this time tomorrow Carry on Carry on End of the Geschichte Dann wollen wir mal gucken, ne? Wie ist die Story weitergeht? Intensivstation Genau, mit seinem Körper, besonders Essen Läuft, Freunde Hm? M-Maita da na Aber? Du hast kein Rezept dafür Ja M-Mitern M-Mitern Wir sind Wir sind W-Mitern Wir sind Wir sind Wir sind Wir sind Entschuldigung hilf mir Entschuldigung Entschuldigung Weeeeee! Der ist auch wieder nur scheiße. Sweet, Freunde. Ich hab gerade... Scheiße, glaub ich gerade. Nein, ähm, ich bin gerade hier am... noch was am lesen, deswegen... Ähm... Jesus, Alter. Habt ihr auch welche davon? Nein, kann ich ja heute... Aber der wäre ja optimal eigentlich dafür, ne? Ja, Jungs, ich weiß, ich muss weitermachen hier. Ich weiß es doch, Jungs. Ich weiß es. Auuuuu... Ja, Freunde, seid mir nicht böse. Aber da fällt mir gerade ein. Ich habe ja eh nur Dinge, ne? Oder vertue ich mich da jetzt gerade? Warte. Moment, doch eh noch etwas, ne? Das heißt... Ach, Mann, ey. Das ist so einfach hier. Oh, das Rezept vom Koch aus... Ich wollte mich gerade bei Koch-E-Koch beschweren. Andererseits, das könnt ihr ja gar nicht wissen, aber... Ähm... Ich brauchte mal... Ach komm, scheiß, oh, verzieh' ich nicht. Richtig so... Pesig, Digga, zieh' ich nicht, umgeleg' mir mein Herz hier. Scheiß, verzieh' ich nicht, ja? Ja, Freunde... Äh, ja. Warte, wo sind das denn zu verlassen, ne? Oder vertue ich mich da jetzt mal? Ich glaube ja nicht. So. Hier wurden alle gerettet. Ja, wegen dem... Oh, guck mal. Oh, das sieht immer ganz gut aus. Opi! Ja, wegen dem mein Vater... Ja, wegen dem mein Vater wird... Ja... Das, äh... Könnte man... Ja... Sportweise, das kann man... Ja, bitte. Ja, bitte. Bitte, bitte. So, mach mal weiter, mach mal hier. Ja, ich muss gar nicht vorstellen, so. Jambod, 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 wasser! Nein, nein, ich hab'n dringet. Du, ja? Ja, ich hab'n dringet. Du, ja? Ja, ich hab'n dringet. Ja, ich hab'n dringet. Ich hab'n dringet. Du, ja? 뜨.... пять hid何? Mmh... Tch... ziosso... Ja, hört die mich schon aus. Ja, kur abкуren... Oh, apoye? Yup, advocate! Ocho! Ja... Jetzt 똘! Ich weiß, dass ich dich nicht mehr verletze. Aber das kann ich nicht noch nicht mehr tun. Das war auch da. Wenn ich mich einfach nicht mehr verstehe, vielleicht machen wir die momen und ich mache dich nicht mehr so einfach. Ich finde auch weggefübbelt ist ein echt schönes Wort. Weggefübbelt. Was haben wir mit dem Jungen gemacht? Nein, immer weggefübbelt. Ist das behindert? Sie sind echt stark aus. Boah. Das ist ein kurzer Hörbuch hier. Was ist der Hörbuch da? und die geben aber richtig viele kugeln in der kopf blablabla lustig ich kann nicht Ich bin so eine Hurenfliege rum, die gibt mir so auf die Nerven. Ich gebe dir gerne mal einen Kamehameha, alter, no joke. Die Schiss hat die auf der Hölle. Die Olchi bolchi. Wohem. Wohem Vieh. Ich muss noch ein Apfelbisschen. Ich mache mir die上面 von mir. Ich schau die auf die Verhabe. Nein, ich schau sie nach. Wohem ist es okay. Oh... 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 Okay... Keine wichtigen, relevanten Geschichten hier. Freunde, übernicht... Sorry... Was ist gut zu mir? Mir ist hier einfach gerade echt... ...bestimmt hier. Festmuffel, Fleischliebhaber. Das hört sich richtig gut an. Festmuffel, Fleischliebhaber. Jam, 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 jam. Oh... Oh... ... 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 Hanna? Oh ja, oh ja.